Läuten in der Seifenoper gute Zeiten, schlechte Zeiten bald die Hochzeitsglocken? Maren bereitet einen Antrag für ihren Partner Michi vor. Doch plötzlich kommt alles anders. Maren, Eva Mona Rodekirchen, und Michi, Lars Pape, sind seit einiger Zeit ein glückliches Paar. Eine Traumhochzeit wäre doch der nächste logische Schritt, oder? Maren derzeit jedoch eine Scheinehe mit Lars, Hadi Krüger. Sie hat den Vater ihrer beiden Kinder Lilly, Iris Mareike Stien, und Jonas, Felix van Deventer, vor kurzem geheiratet, um das Haus ihrer Tante in Spanien erben zu können. Michi hat sich darüber hinaus vor wenigen Monaten von seiner Ex-Frau Nicole, Laura Lippmann, scheiden lassen. Ein Comeback dieser Rolle ist übrigens nicht ausgeschlossen. Maren verliert den Ring für Michi Maren hat in Michi den Mann für ihr Leben gefunden und will ihm das nun beweisen. Am 5. Dezember zeigt RTL das GZSZ-Special in Spielfilmlänge. Für Maren, Michi, Lilly und Jonas geht es ins wunderschöne Spanien. Maren nimmt den Urlaub zum Anlass, um Michi die Frage aller Fragen zu stellen. Doch plötzlich steht sie vor einem großen Problem. Die Seefels starten in ihren Spanien Urlaub, um die dramatischen letzten Wochen hinter sich zu lassen. Maren plant einen romantischen Antrag für Michi, verliert aber vor dem Abflug den Ring. Katrin, Ulrike Frank, geschäftlich in Barcelona, springt ein und versucht, Ersatz zu organisieren, heißt es in einer RTL-Mitteilung. Wird Maren es trotzdem schaffen, Michi einen romantischen Antrag zu machen? Abonnenten von RTL Plus Sternchen können das GZSZ-Special aus Spanien bereits am 28. November ab 19.40 Uhr streamen. Untertitelung des ZDF, 2020